Bist du es auch leid, deine Pflanzen immer wieder traurig und verkümmert anzutreffen? Diese frustrierende Suche nach dem richtigen Licht, das ihnen fehlt, kann einen Gartenliebhaber wirklich verzweifeln lassen. Aber keine Sorge, wir haben die Lösung für dich. Mit einer bahnbrechenden Pflanzenlampe verwandelst du jeden Raum in ein grünes Paradies und gibst deinen Pflanzen genau das, was sie brauchen, um zu gedeihen. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von Pflanzenlampen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen, so dass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Wirst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Pflanzenlampen bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir die Q-Seed LED Pflanzenlampe. Möchtest du deine Pflanzen erfolgreich wachsen lassen und einen grünen Daumen bekommen, dann ist die Q-Seed Pflanzenlampe genau das Richtige für dich. Mit 40 hochwertigen LED Perlen bietet sie ein volles Spektrum von 460 bis 660 Newtonmeter, das natürlichen Lichtbedingungen nachahmen kann und somit die Bedürfnisse verschiedener Pflanzen in jedem Wachstumsstadium erfüllt. Die Pflanzenlampe verfügt über drei Modi und zehn Helligkeitsstufen, um den Bedürfnissen deiner Pflanzen gerecht zu werden. Eine Timing-Funktion sorgt dafür, dass deine Pflanzen auch dann wachsen, wenn du mal nicht zu Hause bist. Mit einer starken Metallklammer und einem flexiblen Schwanenhalsrohr kannst du den Winkel und Abstand der Lampe anpassen. Die Pflanzenlampe ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und eignet sich für den Einsatz in Haus und Büro, Gewächshäusern und für alle Arten von Pflanzen. Für mehr Infos zu diesem Modell, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch die Pflanzenlampe auch direkt per Prime Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir die Suvito LED Pflanzenlampe. Du bist ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber und möchtest, dass deine Pflanzen optimal wachsen und gedeihen? Dann ist die Suvito Pflanzenlampe die perfekte Wahl für dich. Diese Pflanzenlampe ist mit 96 hochwertigen LED-Perlen ausgestattet, die ein vollständiges Spektrum von 380 Nm bis 800 Nm abdecken und ähnlich wie Sonnenlicht ein gleichmäßigeres Licht für die Pflanzen bieten. Das Ergebnis eine effektive Förderung der Photosynthese, Keimung, Blüte und Fruchtbildung deiner Pflanzen. Die Suvito Pflanzenlampe verfügt zudem über eine Timing-Funktion und einen Auto-On-Off-Modus, der deine Pflanzen pflegt, auch wenn du nicht zu Hause bist. Mit 10 Helligkeitsstufen und 3 Modi ist es möglich, die Pflanzen auf die richtige Helligkeit einzustellen und somit alle Arten von Zimmerpflanzen in allen Wachstumsstadien zu befriedigen. Dank des flexiblen Schwanenhalses und der kräftigen Klammer ist die Pflanzenlampe einfach zu positionieren und die USB- oder Netzsteckeroption ermöglicht den Einsatz im Büro oder zu Hause. Die Suvito Pflanzenlampe ist nicht nur energieeffizient, sondern hat auch ein hocheffizientes Wärmeableitungsdesign, was sie zu einer sicheren Option für deine Pflanzen macht. Alle weiteren Infos zu dieser Pflanzenlampe kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller, die Eweimer LED Pflanzenlampe vorstellen. Bist du leidenschaftlicher Gärtner oder einfach nur auf der Suche nach einer Möglichkeit, deine Pflanzen zum Wachsen zu bringen, dann könnte die Eweimer Pflanzenlampe genau das Richtige für dich sein. Diese neueste Vollspektrum LED Pflanzenlampe bietet 80 hochwertige LED Perlen, die in 3 Farbmodi arbeiten, um das Wachstum deiner Pflanzen zu fördern. Mit 4 Beleuchtungsmodi und 10 Helligkeitsstufen kannst du die Lichtintensität individuell an deine Pflanzen anpassen und durch die automatische An-Aus-Timing-Funktion sparst du dir auch noch Energie. Der verstellbare Stativständer und der 360 Grad Schwannenhals machen es dir leicht, den optimalen Abstand und Winkel zu deinen Pflanzen zu finden. Das breite Anwendungsspektrum und die hohe Qualität der Eweimer Pflanzenlampe machen sie zu einem echten Allrounder, der deinen Pflanzen zum Wachsen verhilft. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deiner neuen Pflanzenlampe.